Wir kommen gut voran. Lauft einfach weiter. Ich kann nicht glauben, dass das die echte Sally Jessup ist. Bist du auf Tournee, Sally? Du kannst sie nicht Sally nennen, wie deine beste Freundin. Ihr dürft mich alle Sally nennen. Okay, Sally. Nein, so weit bin ich noch nicht. Wo verbringst du Weihnachten? Das ist aber eine wunderschöne Fiddle. Gehört sie dir? Sie ist ein Weihnachtsgeschenk für meinen Dad. Ich wollte sie ihm heute rechtzeitig zu unserem Weihnachtsspiel geben. Aber das wird nicht mehr klappen. Das tut mir leid, Lucky. Was ist los, mein Großer? Was ist das? Ein Erdbeben? Das sind Wöffel! Oh nein! Nein! Lucky, pass auf! Ah, Sally! Lucky, ist ja passiert. Emma, ich hab's. Oh! Oh, meine Hütte! Lauf, lauf! Ja! 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 Ich hab's. Wo bist du, Mama? Wo seid ihr alle? Snips! Hast du dir wehgetan? Ich hab' Angst. Wo bist du? Wo bist du? Hilfe! 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 Ich hab' Angst! Ich hab' Angst! Shelley, wo bist du? Ich hab' Angst! 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 Das war wunderschön! Das Lied hab' ich noch nie gehört. Ist das neu? Es ist alt. Es ist sogar sehr alt. Es kommt von meiner Mom. Sie hat es immer für mich gesungen, wenn ich traurig oder wütend war. Oder wenn ich Angst hatte. Und Lucky? Was ist jetzt unser Plan? Wir müssen weiterlaufen! Wir müssen einen Suchtrupp bilden. Ich mach' mir auch Sorgen um die Mädchen, aber Jim, wenn wir da rausgehen, riskieren wir uns auch zu verlaufen. Wir können doch nicht die ganze Nacht hier rumsitzen. Nur, bis der Sturm nachlässt. Vielleicht sitzen die Kinder ja in einem gemütlichen Feuer und rösten Marshmallows. Sind wir bald da? Noch ein bisschen, Ivan. Oh, was tut mir leid peach persons! Dort, in dem Tunnel können wir Schutz suchen! Los! Kommt alle mit! 1 Gehen wir! incorang Ups! Verzeihung Snips. Wir wollten dir nicht im Weg stehen. Mach uns ... Was ist denn mit euch beiden los? Gar nichts. Mary Pat. Lügen ist überhaupt nicht brav. Wir wollen doch Geschenke kriegen. Es gibt eine Liste für brave und böse Kinder. Auf welcher willst du stehen?